Drei Wörter, die du kennen solltest. Der Begriff darstellbar beschreibt etwas, das in einer bestimmten Form, zum Beispiel visuell, sprachlich oder mathematisch, verständlich oder nachvollziehbar, wiedergegeben werden kann. Der Begriff darstellbar beschreibt etwas, das in einer bestimmten Form, zum Beispiel visuell, sprachlich oder mathematisch, verständlich oder nachvollziehbar, wiedergegeben werden kann. Der Begriff darstellbar beschreibt etwas, das in einer bestimmten Form, zum Beispiel visuell, sprachlich oder mathematisch, verständlich oder nachvollziehbar, wiedergegeben werden kann. Der Begriff dauerhaft beschreibt etwas, das über einen längeren Zeitraum beständig bleibt und nicht schnell vergeht oder sich verändert. Der Begriff dauerhaft beschreibt etwas, das über einen längeren Zeitraum beständig bleibt und nicht schnell vergeht oder sich verändert. Der Begriff dauerhaft beschreibt etwas, das über einen längeren Zeitraum beständig bleibt und nicht schnell vergeht oder sich verändert. Der Begriff zugehörig beschreibt etwas oder jemanden, der Teil einer Gruppe, eines Ganzen oder eines bestimmten Zusammenhangs ist. Der Begriff zugehörig beschreibt etwas oder jemanden, der Teil einer Gruppe, eines Ganzen oder eines bestimmten Zusammenhangs ist. Wenn du Beispielsätze mit diesen Wörtern benötigst, dann schreibe es bitte in die Kommentare. Ich werde dann entsprechende Videos erstellen.